Das ist die große Frage, Pasha. Die Frage, ob die Inflation bleibt und vor allem, wie sie bleibt. Letztendlich Inflation haben wir eigentlich immer. 2%, das ist das erklärte Ziel schon seit Jahren, seit Jahrzehnten eigentlich von den Zentralbanken, um die Geldentwertung einigermaßen in Kontrolle zu halten. Denn am Ende des Tages muss das Geld sich auch ausweiten. Unser Wirtschaftssystem basiert auf Schulden, auf Investitionen, auf eben dann auch hoffentlich resultierendem Wachstum. Ich habe heute noch eine Grafik gesehen, die deutlich zeigt, dass je mehr Schulden auch nicht immer mehr Wachstum bedeuten. Das heißt, wir sehen, wie die Geldmengen, wie Schulden sich exponentiell ausbreiten, aber das Wirtschaftswachstum hier gar nicht mehr mithalten kann. Drohender Kollaps, das ist jetzt mal die Frage. Ich möchte es erstmal da eher zur Seite schieben. Fakt ist aber auf jeden Fall, unser System basiert eben auf genau dem, einer Geldentwertung. Und deswegen ist es super wichtig zu verstehen, dass man in diesem System, um mitzuspielen, man kann es auch hassen und sagen, finde ich alles blöd, aber spiele doch lieber mit, anstatt der Dove zu sein, der Außensitzt oder die ganze Zeit nur über das Monopoly-Feld läuft, ohne irgendeine Art von Haus oder sonstige Immobile zu besitzen. Heißt, ihr solltet investieren mit dem Geld, was ihr übrig habt, das, was ihr konsumieren wollt, müsst und könnt. Das solltet ihr auch tun, denn konsumieren und investieren sind die einzig beiden Lösungen, um in diesem inflationären Geldsystem ja irgendwie noch einigermaßen davon zu kommen. Wer spart, verliert. Und mit Sparen meine ich, wie gesagt, auch wirklich deutlich, wer Geld in das Kopfkissen legt oder, oder, oder. Also wer Cash hält, verliert Kaufkraft. Und das ist eigentlich genau das, warum man investiert. Kaufkraft erhalten. Und ja, Inflation wird bleiben. Hoffentlich wieder bei 2%. Vielleicht sagt man sich auch, die neuen 2% sind jetzt 4%. Würde umso wichtiger dann sein, tatsächlich sein Geld auch in die Hand zu nehmen und was aktiv damit zu tun. Und ja, in der 2% sind jetzt 5% sind jetzt 5% sind jetzt 5% sind jetzt 5% sind. Danke. Danke.